Ein ganz schön verrücktes Jahr 2020 merkt sich dem Ende. Corona hat vieles sicherlich bei Ihnen und auch bei SterniPark durcheinander gewirbelt. Es hat aber auch gezeigt, dass wir zusammen ganz vieles meistern. Dafür möchte ich mich heute bei Ihnen bedanken. Für die Zusammenarbeit und für das große Vertrauen, welches Sie in uns gesetzt haben. Gemeinsam haben wir es hingekriegt, dass SterniPark gewachsen ist. Unsere Kita an der Buxtehuder Straße konnte eröffnet werden und schon jetzt spielen und toben dort 110 Kinder. Wir haben in diesem Jahr aber auch gemeinsame Katastrophen gemeistert. Unser Kita-Anbau am Berner Heerweg ist abgebrannt. Gemeinsam haben wir es geschafft, mit einer großen Kraftanstrengung, dass das Haus binnen kürzester Zeit wieder aufgebaut wurde und jetzt noch vor Weihnachten die ersten Kinder dort reinkönnen. Auch dafür möchten wir Danke sagen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn dieses Jahr alles ein wenig anders ist, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Und vor allen Dingen freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit in 2021. Verw theaters 보 manifest irgendwann nach einem Zeitraum es six Jahre. Wir wählen Sie aber auch zwei Jahre. Dieocracyns sind jetzt kinder werden aus,